Moin moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Wir checken heute die zweite Hälfte des Astralgans und prüfen, ob uns die Secret Rare geklaut wurde. Ja, wenn ihr es beim letzten Video nicht gesehen habt, wir hatten einen Hit, also vom Code her angezeigten Hit, aber es war am Ende keine Rare Karte drin, also wurde uns der Hit geklaut. Ich hoffe, es war eine V, wir werden es nie rausfinden. Und hier, wir gucken uns jetzt die zweite Hälfte ganz entspannt an und hoffen, dass wir noch eine Secret Rare ziehen. Am liebsten natürlich das Axanthor in Rainbow, aber ob wir es bekommen oder nicht, werden wir jetzt rausfinden. Die V-Karte fehlt auch noch, wobei die ist halt relativ einfach zu bekommen. Axanthors habe ich tatsächlich noch gar nicht so viele gesehen. Auch auf Card Market waren die kaum gelistet, als ich es letztes Mal geguckt habe. Vielleicht ändert sich das noch ein bisschen, weil ich gehe eigentlich davon aus, ich glaube, es wird logischerweise rausgelegt. Das ist wahrscheinlich einer der unbeliebtesten ist, weil ich glaube, so viel Liebe bekommt es gar nicht. Von daher, gut für mich, nehme ich mit. Heesui, Vasha, Queel. Ja, wie ist denn eure Ausbeute eigentlich so? Jetzt ist das Set ja schon eine ganze Weile auf dem Markt. Jetzt laufen ja aktuell eher nur die ganzen Pokémon Go Spoiler-Geschichten wieder. Ich muss sagen, Pokémon Go, also ihr seht das Video jetzt da mit einem bisschen zeitlichen Versatz. Vielleicht ist wieder irgendwas gekommen, jetzt zu dem Zeitpunkt haben sie gerade, also alle Starter geleakt. Die, also was heißt alle Starter? Rurak, Visa, Floor, Turtok als strahlende Pokémon. Ich muss sagen, es war erstmal, war es klar, dass die alle kommen. Ist eigentlich cool. Sichlor, Hornweisel und Luxra in Full Art. Also die Hälfte geht gleich richtig steil. Liebe Grüße gehen raus an Nils, wunderschöne Karte. Damit haben wir zwei Full Arts schon aus dem Display. Wenn wir jetzt noch eine Secret Red ziehen, ist es auf jeden Fall ein gutes Display. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Ja, richtig gut, richtig gut. Hat mich wieder rausgugelt, kam unerwartet. Wo war ich denn? Wo war ich denn jetzt? Ach ja, Pokémon Go Set. Und die Designs, Visa, Floor finde ich, ist noch am besten. Rurak nicht. Klar, wenn ich mir, ich bin noch mit dem Thema sicher, ob ich was hole. Weil bisher fahre ich das Set so gar nicht. Das Goldene Mewtwo wurde jetzt geleakt, das Faust. Das sieht eigentlich aus, dass die Karte, die ich bis jetzt am schönsten finde. Und ich mag halt diese Stamps immer. Bin ich generell ein Fan von solchen, sind normalerweise auf den Reverse Slots gerne auch wieder bringen. Und von daher, sichlor, immer sehr gut. Und Schildterus und Bolterus gleich hinterher, beide Gitzern. Ähm, ja, bin ich, bin ich einfach mal gespannt, ob ich mir das hole. Man freut sich dann natürlich, wenn man sie zieht, weil es werden eh die teuersten Karten wahrscheinlich wieder. Außer so bei Celebrations, dass außer, wenn dort alles fällt. Fände ich auch ganz cool. Ob ich sie mir dann hole, um sie in der Sammlung zu haben, wüsste ich stand jetzt tatsächlich nicht. Könnte mir ja sagen, wie eure Meinung zu denen ist. Wenn ihr euch die Leaks angeguckt habt, ähm, ja gesagt, designtechnisch finde ich die einfach nicht schön. Also da hätten sie so viel mehr rausholen können, meiner Meinung nach zumindest. Aber es gibt auch viele, die feiern. Also, ich bin da nur nicht so ein Fan von. Da finde ich hier so ein paar Squall zu. Aus dem Set tausendmal schöner gestaltet, die Karte. Ähm, aber ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen, ne? Wir haben Selfe und Regi Steel. Wir haben schon relativ häufig jetzt die gleichen Rare. Eigentlich ein bisschen schade. So, hier ist selbst der Code zittrig. Schlecht gedruckt. Und wir schauen mal, was wir hier noch rausziehen können. Also wir hatten ja einen Hit, der war gut. Mal gucken, was wir sonst noch haben. Wie gesagt, ich nehme es ja back to back auf. Ihr wisst es ja, ich mache ja keine Pause. Sicher, sehr nice. Ähm, wenn ich die Videos aufnehme. Darum ist es für mich jetzt noch ganz frisch. Für euch ist es schon eine Woche her. Ich habe meine Skepsis, dass es nach wie vor so groß ist. Es ist unglaublich. Von daher, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe. Zwei Full-Arts sind ja auch schon cool. Also, ne? Aber man weiß, was die Displays hier teilweise so gönnen. Außerdem müsste ich ja auch mal wieder eine Gold-Trainer ziehen. Das ist ja eigentlich ja so mein Standard, ne? Also wenn ich was ziehe, dann meistens Gold-Trainer. Darum Axanto wird schon schwierig. Aber so ein, ich weiß gar nicht, welches. Jawoll! Da sprechen wir von. Und Schimmelmeister-Koron-Hospa Gold gezogen. Die meinte ich zwar nicht, aber sehr, sehr nicer Hit. Und dahinter haben wir ein Vollie-Purber. Also, Wasser ist am Start. Sehr nice. Dann, lieber Emre, werden wir diese Karte tauschen. Oder haben wir sie wahrscheinlich schon getauscht, wenn sie wieder raus ist. Weil er hat mir nämlich den auch gezogen. Und er hat aber den anderen, den Rappenreiter, hat er zwar mal ein Gold, also wird das eine Tauschkarte, aber für das Display sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Und mal gucken. Vielleicht sehe ich ihn auch noch selbst. Ich habe auch schon genug Space gesehen, wo beide drin sind. Aber, dann haben wir doch schon mal vom Reverse-Slot, der gönnt auf jeden Fall schon mal gut. Also, wir haben Kaifel, Neutralisierendes Parfüm, Cognodon, Yanma, Quickel, Charmian, Fifi-Yen, Hisui-Bashoff, Hisui-Akani. Und da müssen die damit eine richtig geile Alternative. Und Hisui-Sneeboss. Also, das wird eng. Ein, theoretisch einen Spot, zwei Folien. Theoretisch einen V-Spot hätten wir noch. Wie gesagt, ich habe meistens gesehen, dass vier V-Karten drin waren in den Displays. Wenn der uns nicht geklaut wurde, haben wir noch eine Chance auf das V-Axanto, wobei ich heute echt froh bin, dass ich keine Doppelten gezogen habe. So, und weil ich es so schlecht gemacht habe, freut euch, es kommt ein Hit. Wir haben nämlich einen schwarzen Code, ich habe ihn gesehen und lasst euch jetzt mal dann teilhaben. Hoffentlich ist es auch drin. Hoffentlich ist es auch drin. Also, mal schauen, was für einen Hit bekommen wir. Was für einen Hit bekommen wir. Spoiler-Pack von Anfang an. Noctu. Und ich sehe es glitzern, aber ich vermute, dass es glitzern ist, die Reverse-Karte. Ansonsten, ich sehe nichts. Ich sehe keine Hand, ich sehe gar nichts. Sind die schwarzen, auch wenn der Reverse-Kloss ist? Ich glaube manchmal ja, manchmal nein. Also, wir kriegen auf jeden Fall was. Oder jetzt, Spoiler, jetzt geht es einfach so, dass wir wieder enttäuscht werden. Und strahlendes Ressladeo. Das hat hier so geglitzert. Und Hisui hat nur ein Gold-Fauster. Jawoll. Jawoll. Was für ein geiles Pack. Was für ein geiles Pack. Und wir haben eine Secret-Ware. Ein Gold-Pokémon. Richtig geil. Damit leider Aksanto in weite Ferne gerückt. Aber Hisui, Atmoi, Fahrwurstbar und strahlendes Ressladeo. Das ist doch mal ein geiles Pack. Richtig nice. So, die Sleeve haben wir doch direkt mal. Jetzt kriege ich hier gleich einen Tattrigen. Ah, ist das geil. Ist das geil. Ich finde, wie gesagt, Hisui-Atmoi ist auch die schönste Hisui-Form der Starter. Ich weiß gar nicht, ob ich es in diesem, nee, im letzten Video habe ich es, glaube ich, gesagt, wo wir das Ressladeo passend gezogen haben. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Freut mich richtig. Freut mich richtig. Also, das Display gönnt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was wir jetzt noch rausziehen können. Holy Moly. Sehr, sehr cool. Zweite Goldkarte aus der Hälfte. Trainer Galerie und die jetzt. Einfach mega. Das war doch mal ein Spoiler-Display, äh, Spoiler-Booster, oder? Gewusst, dass ein Hit kommt, weil der Code kam. Und dann gönnt es aber halt auch mal komplett. So, Drift Zeppeli. Jetzt habe ich wieder Bock. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. Wir haben zwei Fuller, zwei Goldkarten. Und wenn wir jetzt noch was Alternatives ziehen können, dann wäre es natürlich verrückt. Habe ich schon gar nicht mehr, habe ich selbst schon wieder vergessen, dass wir Alternative haben. Welches ist eigentlich euer liebstes Artwork? Haben wir noch gar nicht gesprochen. Die meisten haben ja Dressella. Und ist auch echt cool. Ich glaube, das würde ich sagen, ist meine Nummer zwei. Ich finde das Bivo Artwork aber tatsächlich schöner. Ich finde das Bivo Artwork richtig, richtig schön. Und wenn das nicht so wertstabil sein sollte, sondern im Preis fällt, werde ich mir das, glaube ich, tatsächlich jetzt einer der wenigen Karten aus dem Set dann holen. Außer logischerweise meine Axanthos, die ich noch brauche. Und von daher haut es gerne mal in die Kommentare, wie eure Meinung zu den Alternativen ist. Von den Charakter Rares ist, glaube ich, die Sashian. Somit mit die schönste. Und ja, schaut mir einfach mal eure Meinung an. Wird mich mal interessieren. Also ja, es ist ein gutes Display. Es ist ein gutes Display. Kann man jetzt schon sagen, was man will. Auch wenn andere Displays was krasser waren. Ich bin völlig zufrieden. Es sind zwei Strahlen, die jetzt schon... Es sind zwei Charakter Rares, zwei Goldkarten. Was will man denn mehr? Also außer ein Axanthor. Wir haben noch nicht mal ein Axanthor Holo. Ich weiß gar nicht, die habe ich, glaube ich, noch nicht gezogen. Also die könnte auch nochmal kommen, weil wir haben erst zwei Holos. Wenn wir noch eine ziehen, Scaraborn, Glaciola. Dann noch gerne ein Axanthor. Aber ja, mal schauen, mal schauen. Wir haben noch sechs Booster mit dem hier. Das ist das sechste, was wir noch haben. Haben wir noch die Chance. Wir haben auf jeden Fall noch die Chance. Mal gucken, was theoretisch am Ende fehlt. Keifel, Cognodon. Oh, eine Alternative könnte fehlen. Ach, bitter, bitter. Eine Alternative könnte fehlen. Aktiv, Lilminip, Kleptifuchs, Hisui Sneebel und Galopper. So, ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt. Ist ein bisschen ruhiger. Also wir haben im Vergleich zur ersten Hälfte würde uns quasi eine V fehlen. Und ein Trainergalerie. Spot. Dafür haben wir aber eine Secret-Ware. Wir schauen mal. Wir schauen mal, welche Seite. Also gut, das ist eigentlich klar, oder? Wir haben, also Luxor Fullart ist geiler als Silvaro Fullart. Goldkarte schlägt eh alles. Dann haben wir noch eine zweite Goldkarte. Die schlägt für mich, auch wenn sie wahrscheinlich ja vom Wert her ähnlich sind. Weil die Bulausos sind ja auch krass wenig wert gewesen. Habe ich mir jetzt die letzte erste tauscht. Die habe ich jetzt auch beide. Und dann mal zwei geguckt, dass es zu beiden Seiten ungefähr fair ist. Und das war 3,80 Euro. Also finde ich echt schade. Aber andererseits auch cool. Also ist immer so das Zwischending. Einerseits schade, wenn Karten so wenig wert sind, die cool aussehen. Andererseits aber cool. Dann können sie sich ja alle holen. Das hat alles so ein Für und Wider. Ich finde immer, die Preise dürfen nicht zu krass nach unten fallen von den Karten, weil dann rechtfertigt sie ja irgendwann den Boosterpreis nicht mehr. So ziehen macht zwar mega viel Spaß. Aber wenn du nur Schrott quasi ziehen kannst vom Wert her. Und du weißt vorher, oh ich lohnt. Ich habe es genug zu streamen, kein Scream-Time bekommen. Und also dann hast du Rex Pleaser. Sehr nice, sehr einfach schönes Artwork. Und Hisui Drisella in Holo. Sehr, sehr schön. Also Trainer-Galerie-Slot gleicht aus mit der Anzahl an Hits. Und dann haben wir noch eine Holo. Holo Nummer 2 aus der Heft. Aus der ersten haben wir tatsächlich nur eine. Ja, auf jeden Fall cool, dass man sie sich dann holen kann. Aber wenn dann halt alles so wenig wert ist, dann irgendwie 120, sage ich mal. Ist immer noch für mich der reguläre Preis. Für ein Display, alles was da drüber ist, ist teuer. Alles was trinkt, ist günstig. Dann wird es irgendwann schwierig. Hier kriegst du so viel raus, das ist ja auch okay. Ich glaube es lieber so, dann sind die Preise der Karten niedrig. Aber man zieht halt auch mehr, weil es einfach viel mehr Bock macht. Also können Sie von mir aus die Hitquote nach oben schreiben. Logischerweise sinkt dann der Preis. Nachfrage, Angebot, ganz, ganzes Spiel. Und das erste Axanthor. Also, kommt zu den Sichtlors. Weil von den Sichtlors hat das die andere Hälfte mehr gegönnt. Also da hat es auf jeden Fall noch einen kleinen Flusspunkt. So, drei Muster noch. Der Final Countdown, bis wir dann irgendwann die ETB ja bekommen. Die soll ja Mitte Juni kommen. Wir haben jetzt Anfang Juni. Ich bin gespannt, ob das dann am Ende so wird. Biele Lava, Energie Lotterie. Das ist eigentlich traurig. Die englischen damit werden Leute schon wieder, die werden sie schon nicht los. Die sind schon so günstig, teilweise an die 30 Euro. Und die Sui Atmurai Fausta auch noch dazu. Sehr nice. Also auch noch eine Fausta Karte. Zweite Hälfte vom Display, klar besser. Beide Atmurais. Erste Fausta läuft. Die Hälfte läuft. Was auch immer wir auf der anderen Seite verpasst haben. Ich glaube, wie gesagt, wenn es nicht auch eine Secret Rare gewesen ist, dass wir zwei gehabt hätten oder eine Alternative, hätte die zweite Hälfte auch mit da noch einen zusätzlichen keine Chance gehabt. So, aber wir haben noch Jan Mega, Zwotronin, Bronzong, Ponita, Geronimatz, Hisui Voltoball, Hisui Foucano, kein Hisui Gladiantri, Magneson und Machomai V. Wow, also damit vier V-Karten. Damit macht sich das jetzt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, meistens waren es vier V-Hits. Das heißt, wir haben irgendwas Cooleres als eine V-Karte verloren. Bitter. Bitter, aber trotzdem ein cooles Display. Trotzdem ein cooles Display. So, und ich nehme euch noch einmal mit. Wir gucken zusammen. Es wird ein Hit. Es wird ein Hit, Freunde. Und damit haben wir vier, ich zähle mal durch, vier V-Karten. Zwei Gold, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, haben wir 14 Hits. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Wir haben schon 14 Hits. Wir hätten noch einen 15. gehabt und kriegen jetzt noch irgendwas als 16. Theoretisch. Also, von der Anzahl sehr, sehr gutes Display. Ich bin mehr als gespannt, was jetzt hier rauskommt. Weil, wie gesagt, also, ich habe zwei Karten, die ich halt noch haben will. Die Wahrscheinlichkeit, das eine kommt, ist zumindest gegeben. Celestris. Entschuldigung, ich piepse das aus. Das ist doch nicht deren Ernst. Das zweite Mal im Display, die können ja nichts. Das ist doch jetzt ein Frustmoment, ey. Zwei Hits geklaut. Richtig gutes Display, aber zwei Hits geklaut. Das ist einfach absolute Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit. Es tut mir leid, dass dieses Video, was echt gut war, jetzt so endet. Das kann ja nicht sein. Also, ich werde den auf jeden Fall mal schreiben. Wenn ihr da Erfahrungen habt, haut es mal bitte in die Kommentare. Kann ja nicht sein, dass jetzt zwei Hits angekündigt werden und jeweils der Rare-Slot fehlt. Also, beim besten Willen ist hart ungeil. Ich werde mal gucken, ob ich da irgendwen anschreiben kann. Aber es soll mir jetzt nicht die Stimmung über das Display kaputt machen, weil es war echt gut. Wir haben drei Charakter-Rare, wir haben die Goldkarte, wir haben noch eine Goldkarte, wir haben eine Vista, wir haben zwei strahlende. Sehr, sehr gutes Display, auch ohne diese fehlenden Hits. Aber da werde ich mich mal dran machen, gucken, ob ich da irgendwie, ja, irgendwas bewegen kann. Weil ich finde es halt echt, also eins ist okay, aber jetzt bei zwei, boah, nicht cool. Absolut nicht cool. Und ja, wenn ihr mein Frustmoment, ich werde berichten, ich werde berichten, sobald ich da irgendwas rausbekommen habe, ob man da was machen kann oder nicht oder wie die reagieren. Ich bin auf jeden Fall mehr als gespannt, was da kommt. Ich werde es dann euch sagen oder bei Insta schreiben, mal gucken. Ansonsten kommt noch die ETB und ich habe wieder ein paar Karten gekauft, gradete Karten, die will ich euch gerne mal zeigen. Irgendwann werde ich euch meinen Hintergrund auch nochmal zeigen. Es gehen jetzt Karten wieder auf den Weg zum Rating, da wird noch ein Video zukommen, wobei das wahrscheinlich ein bisschen dauern wird, bis die Karten halt zurückkommen. Also es ist auf jeden Fall viel, viel geplant und ja, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, freue ich mich natürlich über ein Abo. Like und Kommentar ist auch immer gerne gesehen. Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.